Die vierte industrielle Revolution beschleunigt die Welt der Fertigung immer stärker. Unternehmen suchen laufend nach intelligenteren Methoden, um Markteinführungszeiten neuer Produkte zu verkürzen. Dies fordert Produktionsingenieure und Produktdesigner gleichermaßen. Kontinuierliche Innovation, Prozessoptimierung und Effizienz sind ausschlaggebende Faktoren, um in der herstellenden Industrie Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Wir bei Bossart helfen unseren Kunden, die Konkurrenz zu überflügeln. Wie? Mit einem neuen strategischen Service, den wir Assembly Technology Expert nennen. Mit einer dreistufigen Methodik begleiten wir die Produkte unserer Kunden auf ihrem Weg von der Konzeption bis zur Produktion und zwar von Anfang an. Erstens unterstützen wir unseren Kunden beim Produktdesign. Als Experten im Bereich Verbindungstechnik wissen wir ganz genau, welche Verbindungselemente geeignet sind, um das Leben unserer Kunden zu vereinfachen. In modernen Designzentren arbeiten unsere hochqualifizierten Ingenieure an optimalen Lösungen für unsere Kunden. Da Verbindungselemente im wahrsten Sinne des Wortes eine tragende Rolle spielen, wirkt sich diese vorzeitige Integration deutlich auf die Gesamtproduktivität und folglich auf den Produkterfolg aus. Zweitens optimieren wir die Fertigungsprozesse unserer Kunden. Wie? Mit modernen Methoden, intelligenten Sensoren und branchenspezifischen Analysen helfen wir, jeden einzelnen Schritt ihres Fertigungsprozesses zu optimieren. Das führt in jedem Fall zu erhöhter Produktivität oder Proven Productivity, wie wir es bei Bossart nennen. Drittens teilen wir unser Know-how mit unseren Kunden. Technische Grundsätze, spezielle Anwendungen und die neuesten Technologien schaffen Synergien. Unsere Erfahrung und Wissen vermitteln wir in maßgeschneiderte Schulungen, ganz egal ob on- oder offline. Der Assembly Technology Expert Service von Bossart führt zu einer bedeutend kürzeren Markteinführungszeit und reduziert Kosten um 40 Prozent und mehr. Wenn auch Sie Ihre Produktionsprozesse verbessern und damit Ihre Produktivität maximieren möchten, entscheiden Sie sich für unseren Assembly Technology Expert Service. Rufen Sie uns noch heute an!